Lass mal jetzt so ne ganze Umstellung hier machen. Wie ne Umstellung? Du darfst nix verändern! Das steht ja in den Regeln, man. Ja, Betten darf man tragen. Ey, jetzt ist mein Bett weg. Ich brauch das schon. Ja, ich bring dich auch nochmal hin. Hä? Hör doch auf! Ey, wo bist du jetzt? Hä? Barbie? Hier! Wo? Tada! Hinter dir. Oh, leg dich mal ins Bett. Da haben wir mehr Platz, ist viel gechillter. Habe ich nicht recht? Nö. Nö. Wird er vorgefallen. Mann. Oh ne, ich schaste leid an. Nein. Fuck. Das ist geplant, Barbie. Du bist nur in Game Mode. Echt? Ja, echt. Ja, der wollte hier bestimmt durchfliegen, alter. Jetzt war ich schon mal um der schneller als er sich. So. Pfff. Du quenst. Sag, alter. Ich hab' geschlagen in der Luft, gell? Pfff. 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 Lass mich auch gehauen. Ja. Ey, Schweinepriester, hör doch auf. Ja, der kommt wieder angeflogen. Hast du wieder ein netter drin gepennt, Fabi? Oh, wie doof, ey. Oh, jetzt kommt der nächste. Ja, Fabi, du weißt doch jetzt, wie es geht. Warte. Oh, Waffenstillstand, Gavin. Pfff. Einfach mal die Schrifttaste vergessen, das geht natürlich auch. Unknown comment. Unkno... Ja, ich hab's dir doll geschrieben. Wie? Halt ohne den Punkt. Ja, ich war das wie ein Pro, halt. Ja, okay. Ja, ohne den Punkt soll klar. Wow, wow, ich hab's geschafft. Ja, ja. So, jetzt aber nicht zu weit springen. Boah. Irgendwie seitlich hochklettern, so. Boah, jetzt ist nämlich wie ein Anlauf. Und... Boah. Alter, Fabi, was machst du? Ja, ich hab das grad geendet. Oh, Kevin. Ich hab's selber berührt. Wir haben viel reden, ja. Alter! Kevin, Alter! Was war jetzt? Was war' du denn? Fabi hat dich gehauen. Ich war's niemals. Ich hab' nicht so, Kevin! Ey! Ey! Ja, Kevin... Warum nicht? Wow, Kevin, Alter, unnötig. Wir haben Frieden vor allem, das sagst du nicht. Ey, du hast gesagt, du machst mir nix, Alter! Ich mach dir aber nix. Ja, guck! Ich mach dir nix. Ich mach dir nix. Nur den Kevin. Oh! Oh! Ich will's jetzt immer endlich schaffen. Alter, Kevin ist halt's Maul. Ich hab' gar nix gesagt, Alter. Jetzt hab' ich hier so hässlich zwei Betten in der Hand. Wow! Ich will's mal in so einen Lauf packen. Einen Lauf packen. Alter, was ist halt mit meiner Aussprache los? Alter, das ist auch kompliziert. Die Leitern... Naja, das hatte ich aber schon geschafft. Oh, komm, Alter. So, die Leitern hab' ich jetzt geschafft. Nur jetzt... Ist hier so'n fetter Blöck. Nein! Jussi, Senorita, wirst du bloßbar kreuzchen. Ja, du bist so'n kleiner Drecksack. Du bist so'n kleiner Drecksack. Boah! Oh! Ohohoho! Hehehehe. Fissed. Boah! Na, ich hab' den Geschirrö! Mein Freund. Deine Mutter ist mein Freund. Ich bin Dreh raus, wie man jetzt Leute wegschleudert. Oh, das ist ein wunderschöner Tag. Ich weiß nicht, wie man richtig angreift. Tschüss. Ey, Eiken-Sherre. Crazy Fire, Alter. Okay, sorry. Yo. Daniel. Okay, komm her jetzt. Kleine Tag-Team. Junge, mein Herzen sind fast leer. Lieber runterfallen, das ist ja stets Lame by Kevin. Jetzt war ich an der Leiter und bin ohnegefallen. Machst mich in Ruhe. Yo. So, jetzt Hände trocken machen. Puh, jetzt kommt's. Wir haben es am Anfang hinbekommen. Oi. Alter, du bist oi. Alter, wer hat mich denn jetzt geschlagen? Kevin, Alter. Was, ich konnte gar nichts machen? Sau. Ich habe es denn eh geschafft, Alter. Alles vorbei. Was, you can only sleep at night. Oh, ich hasse die Leiter. Kevin, gib mir mal einen Tipp. Hm, ganz normal. Doppel, rennen. Ich bin immer geraten. Ne, ich bin da normal gesprungen. Genau, und jetzt geraten. Wo lässt du bei mir denn immer los? Das war ja nicht vorhanden. Finde ich. Nein. Kevin, guck dir mal an, wo ich auf der Leiter immer ankomme, weil ich falle irgendwie mal runter, nachdem ich mich kurz festgehalten habe. Na, einfach gar nicht. Ne, warte. Ah, warte. Alle guten Dinge sind drei. Jupp. Das war, wie schafft es. Ja, du musst. Du bist zu weit nach links gekommen. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen. Guck mal, pass mal auf jetzt. Ja. Okay, das heißt zu weit. Ja, das war zu weit nach hinten an den Block gelegt. Ich hätte es lieber weiter nach links gehen müssen. Dann falle ich trotzdem weiter runter, wo ich nach B nach vorne drücke. Na ja, hatte ich aber auch mal das Problem. Ich war dann kurz dran, bin dann zu weit weg gewesen wieder und dann runtergefallen. Warte mal. Guck. Na, das war jetzt. Ich hab's hinsprungen. Checkpoint. Fick dich, Alter. Der Macher ist nur ein Assi, Mann. Du hast mir selber noch nicht mal durchgezockt. Das ist auch noch einiges. Boah, Fabi, fast nicht hochgekommen. Doch, doch. Das ist immer gut ausgerechnet. Ja, da warst du wieder zu weit schnell und bist nach links von der Leiter weg. Du hättest nach rechts ziehen müssen dabei. Du kommst da einfach irgendwie nicht richtig dran. Ich kann aber, ich weiß auch nicht, wie man da einen Tipp geben kann. Keine Ahnung. Doch, ich schon. Entweder kann man, so wäre nicht. Da ist ziemlich weit nach links. Ich geh jetzt auch so ein Racer dran und da mach ich so einen Bogen und dann springe ich mal. Ja, dann musst du schnell nach oben zielen. Weil wenn du nach unten zielst, dann fällt es wieder runter. Okay, ich teste mal. Stimmt, das kann sein. Bei mir an, nimmst du auch's noch. Ja, ich trenne nur die Kante, das ist scheiße. Boah, was macht der denn? Alter. Wollte eine Hilfe haben? Nee, Mann. Wirklich nett. Alter, das schaffen wir. Nicht sogar motiviert. Nicht. Ja, geht doch. So, nee, ab hier jetzt. Tschüss, XC. Oh, fuck. Nicht aufregen. Das ist ja gar nicht praktisch nicht. Sonst sahen wir jetzt so leicht. Der Kevin hat eine Hilfestellung gebaut. Super, ja. Ich denke mal, wir müssen auch nicht 15 Minuten gucken, wie man jetzt eine Challenge sozusagen nicht schafft. Das ist ja gar nicht so leicht. Ey, ich war ganz hin, hm, ja. Dann weg, da gehst du. Ja. Ja, genau. Ja, was denn? Genau in dem Moment. Oh, jetzt mach das wieder dran, sonst. Hä, es ist doch... Mach doch langsam, dann. Da rennt's ja wie noch was. Hä, da ist doch ein Block. Seht ihr den nicht? Warum springt ihr denn nicht hier auf den Block und dann an die Leute? Hä, da ist ja gar kein Block. Doch. Nein. Hier. Da ist ein Block. Verrückt. Hier. Ich verarsche. Nein. Der vorletzte Sprung. Das ist doch. Ja. Du hast das scheiß Creative Mode, dann warst ich mich nicht. Hier ist ein Block, guck, warte. Ich kann, guck, ich flieg jetzt so, Achtung. Hier ist ein Block. Warte, guck. Ich muss zeigen. Hier. Loll. Warte, ich mach den nochmal hin, Achtung. Du kannst auch... So. Siehst du? Das sehe ich ihn auch. Wie hast du den jetzt nochmal hingemacht, wenn der bei dir eigentlich die ganze Stunde da war? Ja, abgebaut, dann wird er hingebaut. Du, 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 du. Du, du, du. I'm blue, double, die, double, die, double, die, double, die, double, die, double, die. Da hättest du sprinten müssen. Da kann man das zu tun nicht mehr. Hey. Kevin. Was ist denn? Ich bin den komischen telepathischen Kräften irgendwie zurückgedrängt. Jawohl, Fabi, los. Fabi hat es geschafft. Nein, nicht schon wieder der letzte sein. Nein. Fühlst du dich wie Maxi? Nö. Bin nicht dick und hab keinen Farben hinter. Wow. Wo ist der Maxi an der Stelle? Das ist gleich geärgert. Oh man, Daniel. Ich brauch meine Vorbereitungs- Kommen jetzt. Boah, boah. Warte, ich habe eine Idee. Jetzt setzt er wieder seine Steinplücke. Nein. Eine bessere Idee. Viel bessere Idee. Also erst mal muss ich auf die Idee draufkommen. So. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter nach links. Ja. Wow, und jetzt sprinten. Dann hast du es so gut wie. Jawohl, komm. Ganz normales Brot. Genau. Jetzt kommt nochmal ein weiteres Schwieriger. Das ist ja ziemlich, ziemlich, ziemlich aus. Nein, nicht so weit. Gut, ich bin schon. So wollte ich es auch machen, habe es dann voll verkackt. Ja. Muss halt ziemlich spät abspringen. Das ist ja nicht. Oh. Jetzt kommt es zu einer Glitterwind. 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 Boah. Hier, Jungs, jetzt bitte stehen hier. Ey, die habe ich bei Piz mitgesehen. Die war sowas von scheiße. Diese Wanda habe ich bei Piz mitgesehen. Ey, die ist... Also, die haben die nicht hingekriegt. Ich habe ihn gekriegt. Weiß ich nicht. Ich mache keine Schleichwerbung, Daniel. Piz mit ist scheiße. Nein. Habe ich auch nicht gesagt. Piep, piep. Nein, komm bitte, Mann. Nein, Mann. Übertreib. Melone. Boom. Was ist das denn hier? Ey, soll ich euch was sagen? Pff. Ja. In echt bin ich. Schwul. Ein super Held. Ich kann fliegen. Oh, was machst du denn? Können wir auch. Jetzt. Ich muss gerade wieder runterhauen. Dann kriegt der es nicht hin. Warte, du mal. Kurz aufs Klo. Bitte. 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 Bunch jetzt. Ich geh mir was zu trinken holen. Hä? Auf. Daniel. Was denn scheiß. Ja, komm, wir wissen, ob das bis dahin kann. Nee, da hast noch eine Hilfe und dann soll der das jetzt mit bis dahin schaffen. Hau ich gar nicht, einfach irgendwie. Du fliegst jetzt nicht dahin. Was machst du da? Pass mal auf jetzt, gell? Guck mich mal an. Ja. Komm mal kurz her. Pass mal auf Selbstmordkommando. Ja. Keine irgendwelche Game-O-Changer, wenn ich gefallen bin in Creative, dann sterbe ich einfach. Okay. Achso. Wow. Das machst du alles wie einfacher. Ja, deswegen die anderen FK. ist es nicht. Oh, es geht weiter. Uäh. Hello. Was mach ich denn hier? Oh. Oh, wie sind denn noch die Betten denn so scheiße da hin, Alter? Lass sie doch da hängen. Nein. Fabi, kommst du? Fabi. Hier. Ja.